mal probieren wie das lichtschwert jetzt hier ist ja macht aua und sieht stylisch aus wie es auch sein soll geronimo Der schon wieder. Ja, die Werfen. Ich bin mir nicht sicher, aber... Ah, du siehst übrigens bei den Fähigkeiten auch immer, was schon verfügbar ist. Da musst du nur zum Lehrer und das dann, ja, wenn halt. Na, perfekt. Ah, Chillout, wir haben Schnellreise. Wir müssen nur aus der Höhle raus. Im Inventar. Äh, gibt's, äh, nicht im Inventar, ähm, bei Fähigkeiten. Allgemein. Fähigkeiten allgemein, ja. Ja, da gibt's... Ja, ist aktiv. Ja, jetzt können wir Schnellreise einsetzen. Zum Jedi-Tempel. Ich mach's mal grad. Ja, ich kill dir noch kurz. Zack, tschüss. So, Jedi-Tempel, da hin. Ist ja praktisch. Ist der Umweg, kann man den immer wieder nutzen, oder was? Ja, anscheinend. Wusste ich doch, dass es sowas gibt. Ich hab die ganze Zeit vergessen. Ich glaub, das gab's von Anfang an. Hätten wir uns ein bisschen Weg ersparen können. Naja. So, hier muss ich hin. Ah, ja, stimmt. Da ist ja auch noch was. B Droge, da ist ja auch noch was. Oh. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Amen. So. Dann beim Händler mal die ganze Kacke hier verticken. Stimmt, könnte ich auch mal machen. So. Alles vertickt. Melde dich beim Rat der Jedi. Gucken wir noch mal kurz, ob ich Post habe. Nö. Keiner schreibt mir. Na Post wirst du auch oben immer angezeigt bekommen. Bei der neuen Post. Dann gehen wir mal rein. Ja, auf das wir glücklich wieder rauskommen. Die Fleischräuber sind immer noch eine Bedrohung. Aber ohne Bengel als Anführer werden sie verstreut und schlecht gerüstet sein. Der Tempel hätte vernichtet werden können. Der gesamte Orden steht in eurer Schuld, Padawan. Der Feind hat Schwachstellen in unserer Sicherheit gefunden. Wir müssen uns gegen ein zweites Coruscant wappnen. Ich stimme zu. Wir haben jetzt Sorgen jenseits der Fleischräuber. Die jüngsten Entwicklungen in der Twi'lek-Siedlung verlangen nach einer Antwort. Ihre Materialchen hat mich an Bengel verraten. Aber sie hat sich ergeben und unserem Urteil unterstellt. Dein Verdienst, denke ich. Gute Arbeit. Ihr kennt die Twi'lek, Padawan. Welches Vorgehen empfiehlt ihr? Wir haben Instabilität verursacht, weil wir ihnen die Hilfe verweigert haben. Das muss sich ändern. Dass Meister Orges geschehen ist, ist unverzeihlich. Aber wenn wir verzeihen und mit ihnen zusammenarbeiten, könnte das beiden Gemeinschaften förderlich sein. Dieser junge Jedi hat ein gefallenes Mitglied unseres Ordens gefangen genommen und den Tempel vor der Zerstörung bewahrt. Ich sehe keinen Grund, weshalb er länger Padawan bleiben sollte. Eure Tapferkeit, euer Heldenmut und eure Opferbereitschaft zeigen einen starken Charakter. Ihr seid unsere Hoffnung für die Zukunft. Ihr kamt als Padawan auf Taipan an. Doch ihr geht als Ritter der Republik. Möge die Macht mit euch sein. Ich verspreche, die Werte der Jedi und der Galaktischen Republik zu wahren. Dieser kleine Droide und ich haben eine Menge durchgestanden. Okay, jetzt sind wir kein Padawan mehr. Ich sehe keinen Grund dafür. Geht aber schnell. Ja. Wir empfangen ein Prioritätssignal von Coruscant. Es ist Meisterin Kiwix. Meister Orges, Ahle, ich habe eine Entdeckung gemacht, die weitere Hilfe erfordert. Unsere Mutmaßungen über Coruscant waren richtig. Die dunkle Präsenz, die wir seit langem fühlen, ist hier am stärksten. Ich höre immer von dieser dunklen Präsenz, aber ich spüre sie nicht. Hättet ihr mehr Zeit mit Meditation verbracht, so wie der Rat, könntet ihr sie spüren. Etwas Bösartiges arbeitet im Schaffen der Hauptwelt. Wir müssen es finden. Die Lage verlangt nach unseren Besten. Meister Orges, ihr und euer ehemaliger Padawan, solltet zu Meisterin Kiwix nach Coruscant. Kommt zu schnell, es geht zum Senatsgebäude. Meisterin Kiwix, Ende. Keine Ruhepause für uns, wie es scheint. Erledige, was du hier noch erledigen musst, dann nimm eine Fähre nach Coruscant. Ich werde sofort aufbrechen, Meister. Ich muss noch ein paar Sachen packen, bevor ich los kann. Wir sehen uns auf Coruscant. Bis bald. Möge die Macht mit euch sein. Steh. Geil. Wir sind jetzt die Ritter, wir haben neue Roboter. Schön. Level 15, perfekt. Jetzt muss man nur noch Inventar. Wir haben ja wieder was bekommen. Ach, jetzt habe ich das zweite Dichtshirt gekriegt. Ja, moin. Ja. Okay. Ja, ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann für heute mal Feierabend, oder? Ja, können wir machen. Okay. Dann, wenn euch das ganze gefallen hat, dann liked, teilt, abonniert, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Mit Chilloutzone und mir ist Superslate. Dann bis zum nächsten Mal. tschau